Hallo meine Freunde, heute geht es einmal um einen ganz, ganz wichtigen Guide und zwar geht es einmal um Crafting für Fortgeschrittene, also wenn ihr jetzt blutige Anfänger seid, würde ich euch das erstmal nicht empfehlen, aber für Fortgeschrittene möchte ich natürlich auch ein, zwei Videos hier immer machen und zwar geht es einmal um Clusterjuwelen craften. Ich habe damit innerhalb von zwei Abenden, ich habe zwei, drei Stunden gecraftet und habe sofort, diese Dinger gehen weg wie geschnitten Brot und meine Viewer haben einfach nur gestaunt, wie schnell man Currency machen kann. Ich habe glaube ich bei drei erhabenen Sphären angefangen und bin jetzt bei über 30, habe mir jetzt natürlich ein neues Gear geholt und so weiter, aber ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Ich habe das an meinen Viewern gesagt, da gab es auch ganz viele Leute, die über 10, 15, 20 Erhabenes werden sich gecraftet haben, weil das ist wirklich nicht schwer. Ich verstehe nicht, warum die Dinger nicht im Preis total günstig sind, weil man kann so viel damit machen und man kann das sogar noch besser machen, als ich das, wie ich das angefangen habe. Ich habe nur Chaos gespammt, man kann das auch, wenn man sagt zum Beispiel, ich möchte das mit weniger Risiko machen, dann könnt ihr das einfach mit Harvest machen. Deswegen, immer wenn ich Harvest sehe, freue ich mich, ihr braucht aber auf jeden Fall die Basen, die Eye-Level, da werden wir drüber reden und ihr solltet so ein bisschen, sag ich mal, so das Grundsätzliche vom Craften wissen. Es gibt aber sehr viele Methoden, wie man das machen kann, die möchte ich euch heute einfach an die Hand geben und ihr entscheidet dann selber, wie viel ihr investiert. Wichtig beim Craften ist immer vorweg gesagt, dass ihr natürlich nichts treffen müsst, das heißt, ich würde immer, wenn ihr irgendwas überhabt, zum Beispiel ihr findet eine erhabene Sphäre, ihr habt einen guten Charakter, der spielt sich gut, der macht euch Spaß, ihr habt eine erhabene Sphäre, die ihr nicht unbedingt braucht. Dann wandelt ihr die in Chaos um, kauft euch eine Basis und könnt dann erstmal mit der so ein bisschen spielen, ja? Oder ihr kauft euch drei Basen und rollt, also das Chaos spammt nicht, sondern ihr geht dann in Harvest rein und macht dann das, was ich euch dann sagen werde. Ich habe euch alles, sag ich mal, feilensäuberlich hier aufgelistet, die sind die guten Basen, die mittleren Basen, die relativ teuer sind, das heißt, auf Fortgeschrittene werden die wahrscheinlich meistens zu teuer sein, zum Beispiel die Minion Base hier für die Diener-Schaden, die kostet, glaube ich, 2,5 erhabenes Sphären. Alleine die Basis hier kostet die, kostet ein erhabenes Sphäre. Die hier kosten alle so 10 bis 35, 40 Chaos. Auch kein Pappenstiel, aber mit dem Chaos-Rezept. Oder wenn ihr ein paar Mal gespielt habt und vielleicht irgendwas gefunden habt, dann wird das auf jeden Fall auch kein Thema sein. Das ist eine Möglichkeit, die natürlich auch für euch selber zu craften, wenn ihr welche benötigt. Weil, wie gesagt, so schwer ist es nicht und ihr müsst halt einfach nur die Grundsätze, ich glaube, viele Leute verstehen nicht, wie das funktioniert. Und ich war ehrlich gesagt auch selber überrascht, als ich mich in dieses Thema eingelesen habe, wie einfach das ging, dann wirklich auch Profit rauszuziehen. So, also wir gehen jetzt hier einmal, hier sind die guten Basen, die habe ich alle schon verkauft. Das kann sich natürlich immer ändern, das heißt, vertraut da nicht drauf, ihr geht jetzt einfach immer auf den oberen, auf das Preisbeispiel. Und dann gucken wir uns mal an, diese Increased Flask Effect Duration, ja. Da gucke ich mir einfach jetzt die Basen an, das dauert heute Abend irgendwie ein bisschen, sind viele Leute da. Und dann sehen wir uns hier, dann sind die ganzen auf der Handelsseite hier 3,4, 3,4, 3,4. Ist seit einer Stunde, einer Stunde, drei Minuten gelistet. Das heißt, die Dinger verkaufen sich, hier gibt es 24, sind relativ viele, aber verkaufen sich sicherlich. Heute Abend kommen wieder mehr Spieler online, dann werden die demnächst weg sein. Also ich denke, für den Preis werden sie sich definitiv verkaufen. Gut, das heißt, wir brauchen die Basis, wir wollen diese beiden Passives, also auf Clusterjuwelen sind immer die Passives wichtig. Was hier so oben steht, ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist aber auch, wie viele maximale Passives sie haben. Und zwar, was oben steht, zum Beispiel hier, Adds for Passive Skills. Weil das ein Medium-Clusterjuwel ist, ist es 4 oder 5, damit man keine Talentpunkte verschwendet. Ja, das heißt, da wollen wir nicht mehr haben. Oder bei dem anderen ist es so, dass wir zum Beispiel bei diesem, das ist ein Large, ein großer Clusterjuwel, da wollen wir maximal 8 passive Skills haben. Weil wenn wir 9, 10, 11 oder 12 haben, dann wird es so sein, dass wir definitiv dann Punkte verschwenden müssen, um da ranzukommen an diese Skills. Das heißt, das verkauft sich dann auch nicht gut und wir wollen immer mit der besten Basis dann rollen. Ihr müsst das alles gar nicht eingeben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt genau diesen, will ich dann craften, dann geht ihr einmal in die Suche rein. Das Preisbeispiel geht in die Show Filters, löscht dann die ganzen Sachen hier raus. 1, 2, 3, bumm, raus. Dann habt ihr hier Flask-Effekt-Duration und hier maximal 5. Ist schon eingestellt. Dann müsst ihr noch ein Item-Level wissen. Meistens ist es ein 68, das weiß ich jetzt bei dem. Und dann kann man hier suchen. Dann kann man hier sehen, okay, hier sind die Basen. Hier die Dinger kosten sogar nur 8 bis 10 Chaos. Das heißt, hier habt ihr auch nicht mehr so viel Investment. Das heißt, es ist eine gute Basis für Anfänger vielleicht, die Flask-Effekt-Duration. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ich möchte mal ein bisschen rumspielen, habt gerade 50 Chaos, dann kauft ihr euch jetzt einen von denen und spammt da ein paar Chaos drauf. Ihr haltet immer an, wenn zwei passive Attribute da sind. Also eine alleine wird euch niemals mehr als ein paar Chaos bringen. Ja, 30 Chaos oder so. Zwei sind immer die goldene Zahl. Und das müssen natürlich die zwei richtigen sein oder drei. Wenn ihr drei getroffen habt, die drei richtigen, dann wären die Dinger halt richtig teuer. Vier, fünf, sechs Exalted. Habe ich alles schon verkauft. Und es kann halt mal schnell gehen. Dann habt ihr ein Chaos. Teilweise habe ich einmal ein Chaos drauf geworfen. Waren drei Attribute da. Das waren genau die richtigen. Habe ich gleich sechs Ex gemacht. Kann auch passieren. Ist natürlich aber auch relativ lucky. So, ihr wisst aber nicht, was ich gerade weiß, dass das Ding halt ein 68er-Item-Level haben muss. Das heißt, wenn ihr ein Item-Level da drunter habt, dann können diese passiven teilweise nicht rollen. Und wie finden wir das heraus? Da nehmt ihr den zweiten Link. Das ist Craft of Exile. Und zwar schaut euch das mal an. Und zwar guckt ihr euch hier Craft of Exile an. Hier sind diese ganzen, zum Beispiel hier Liquid Inspiration. Ist ein Mana-Mod, braucht 68. Ja? Hier seht ihr das auf jeden Fall ganz genau, was ihr genau braucht. Und Liquid Inspiration ist einmal wichtig. Und Spike Concoction. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, die beiden sind wichtig. Der braucht eine 50er und der braucht eine 68er-Basis. Hier seht ihr übrigens auch, das ist eine Mana-Speed-Attack-Caster-Basis. Das bedeutet zum Beispiel, jetzt denkt ihr jetzt wieder ein bisschen weiter. Ihr wollt keine, wenn ihr keine Karo-Spam wollt, weil ihr sagt, nee, mir ist das zu, ähm, zu zufällig. Ja? Das bedeutet also, ihr wollt da nichts investieren. Ihr wollt nur die Basis kaufen. Dann geht ihr in Harvest rein, haltet Ausschau nach Caster-Modifier und werft das Ding hier, äh, oder auf den Juwel dann die Caster-Modifier drauf. Und habt die Möglichkeit dann, das hier zu treffen. Und das hier kann natürlich auch drauf rollen, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das hier drauf rollt, wenn ihr da Caster-Mods drauf rollt, ist relativ hoch. Hier gibt's natürlich den hier noch als Caster. Aber es sind eigentlich nur zwei, ähm, hier bei dem Juwel. Deswegen ist es relativ easy. Ihr könnt natürlich auch live drauf rollen. Dann habt ihr aber natürlich deutlich mehr Sachen. Da gibt's aber auch ein Juwel. Ähm, das ist der hier. Der ist, glaube ich, dann mit dem, äh, Leben. Mal gerade schnell gucken. War das der mit dem Leben? Nee. Doch, doch, das war der mit dem Leben. Distile Perfection und Liquid Inspiration. Liquid Inspiration ist immer gut. Und Distile Perfection ist jetzt der Live-Modifier. Das heißt, Live ist natürlich ein bisschen, da gibt's deutlich mehr. Da würde ich eher die Caster-Modifier, ähm, ähm, probieren. Und das ist natürlich pro, ähm, pro Juwel anders. Zum Beispiel auf dem Physical ist es meistens so natürlich, dass ihr bei dem Harvest Crafts dann die Physical-Modifier drauf braucht. Zum Beispiel, ihr seht das hier einmal. Physical Bleed Attack. Das heißt, wir wollen die Physical-Modifier. Physical Bleed Live. Hier könnte man Live noch drauf rollen, ne? Wenn wir hier zum Beispiel sehen, Live, 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 ist ein bisschen viel. Physical haben wir hier einen, hier einen zweiten, hier noch drei andere. Aber zwei von den Physical wollen wir haben. Also würde ich da einfach Physical und vielleicht sogar noch Live drauf rollen. Wenn die drei rollen, habt ihr echt gute Chancen, dass das Ding gut wert ist. Teilweise ist es natürlich auch mit zwei Modifiern was wert. Also wenn das und, äh, Wasting Affliction rollt oder so, dann wird das Ding wahrscheinlich auch ein bisschen was wert sein. Was ist das hier? Keine Ahnung. Mal kurz weggehen. Genau. Soviel erstmal dazu. Dann wissen wir auf jeden Fall, Item Level können wir bei Craft of Excel gucken. Und wir können gucken, äh, wie wir das in Harvest dann auch alles rollen wollen. Hier sehen wir auch Lebens-Modifier. Hier haben wir Feuer-Modifier, zwei Stück. Und das sind die einzigen Feuer-Modifier zum Beispiel auf diesem hier. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, Feuer-Modifier von den Harvest-Sachen drauf zu rollen. Burning Bright und Smoking Remains. Ihr könnt euch die auch merken. Ich hab die hier einfach aufgeschrieben und dann könnt ihr sehen, die anderen sind halt optional. Wenn ihr zwei von denen und einen von den, äh, letzteren trefft, dann ist der Fire-Damage-Juwel auch sehr, sehr gut und wird sich dann auch wieder für zwei, drei, vier Exalted verkaufen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ähm, ich habe hier auch schon mal ein paar Jahre, Ich würde, wie gesagt, sagen, immer ein Limit setzen. Ihr könnt euch da wirklich dumm und dämlich verdienen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Ähm, nö, ich glaube nicht. Es gibt natürlich noch andere Juwelen. Man kann zum Beispiel auch auf PoE Ninja. Ups. PoE Ninja. Äh, es ist nicht da oben. PoE Ninja. Und, ähm, dann könnt ihr zum Beispiel hier auf Builds gehen und sortieren, ne? Momentan spielen viele Elementalisten. Burning Arrow, der, da weiß ich halt, dass der keine, äh, Tollen haben will. Aber zum Beispiel Armageddon Brand. Dann gucken wir, Armageddon Brands. Gehen wir hier irgendwo rein. Hat der irgendwelche Cluster-Juwen? Jo, Fire-Damage, Burning Bright, Dorianis Lesson. Oh, das haben wir ja schon irgendwo mal gehört, ne? Äh, und dann haben wir hier zum Beispiel, ähm, hat der Fire-Damage-Over-Time-Multiplier. Das war der teure, ne? Den wir, wo die Basis alleine einen Exhort gekostet hat. Und der hier auch wieder, Basis auch wieder, Blowback und Burning Bright. Hat da sogar Cooked Alive, Blowback. Also, das ist auf jeden Fall welche, die sehr, sehr nachgefragt werden. Das heißt also, wenn ihr eine Erhabenes-Sphäre habt, dann rollt ruhig mal die. Die Dinger sind natürlich dann auch im Endprodukt deutlich teurer. Da kostet ein Juwel dann im Endeffekt sechs, sieben Erhabenes-Sphären. Aber die Dinger werden halt anscheinend extrem gebraucht. Besonders für so einen coolen Build, der gerne gespielt wird, wie Armageddon Brand. Ne, und das könnt ihr mit anderen Builds natürlich auch machen und euch dann eure eigenen Strategien auch einfallen lassen. Das hier sind nur Ideen, Leute, ne? Also, da gibt's natürlich andere Kombinationen und so, die ich jetzt ausprobiert habe. Und das Ding wird sich sicherlich auch in dem Laufe der Zeit dann noch verändern. Je nachdem, was ich dann so rausfinde und was ich so probiere. Und ich gucke natürlich auch immer, wenn ich jetzt das Video raushaue, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann direkt wieder, äh, craften werde. Aber wenn ihr jetzt natürlich alle jetzt die Flask-Effektoration nehmt, dann wird das Ding natürlich dann nichts mehr wert sein. Deswegen versucht euch dann Lightning-Damage, Flask-Effektoration, Physical-Damage-Over-Time, äh, Lightning-Damage, Fire-Damage und so weiter da einfach so ein bisschen aufzuteilen, ne? Also, ihr müsst nicht immer das Gleiche nehmen. Das Spiel, genau. Also, wichtig ist halt einfach nur, dass ihr so ein bisschen seht, auf jeden Fall könnt ihr euch auch diese hier nehmen. Cold-Damage ist natürlich, gibt's richtig viele Vortex-Bilds zum Beispiel momentan, sehr, sehr beliebt. Und da könnt ihr einfach sehen. Chaos-Damage ist jetzt ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, das Ding lohnt sich nicht mehr so sehr. Ist eher so am Liga-Start, werden ja viele gespielt. Ich guck mal gerade. Ja, 2x heute, das ist immer noch was, ne? Also, kann man auch machen, wenn man will. Ich weiß gar nicht, was die Basis da kostet, aber immer schön das Item-Level, ne? Wenn ihr kein Item-Level hier eingibt, dann gibt's, sagt er euch, ein Chaos oder so. Hier seht ihr 30, 40 Chaos. Also, ihr seht, das Ding ist halt auch relativ teuer, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so teuer ist, aber, ähm, ich persönlich finde halt einfach, dass die Basis zu teuer ist dafür, was wir für Profit machen. 2x ist immer noch viel, aber man muss natürlich auch die Chaos, die man da drauf rollt. Ich würde mir persönlich dann einfach immer ein Lightning-Damage, Flask-Effect-Fire-Damage einfach mal rausholen, auf die Bank legen und dann vielleicht einfach, wenn ich mappe, immer schön auf Harvest, immer reinwerfen und dann habt ihr's und somit kann man extrem viel Profit machen. Habt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geduld. Ich werde ein paar Crafting-Videos, wo ihr richtig gut Geld machen könnt, werde ich noch diese Liga raushauen und dann könnt ihr sicherlich auch die nächsten Ligen noch verwenden. Ansonsten werde ich das immer hier auch noch mal mit reinschreiben. Alles klar, Leute. Dankeschön. Macht's gut. Bis zu meinem nächsten Video.